und weiter geht es hier in Star Citizen ich liege hier gerade beim Bastillo im Raumschiff weil mein Raumschiff liegt da hinten da gab es letztes Mal in der letzten Folge eine kleine Havarie und Bastillo hat mich wiederbelebt und abgeholt aber jetzt kriegt er irgendwie das Raumschiff nicht mehr gestartet scheinbar, keine Ahnung, er will jedenfalls nicht wegfliegen ich liege im Bett und Bastillo sitzt da vorne drin keine Ahnung was er da treibt und ich warte ich zeige es euch kurz ich warte hier ich warte hier jetzt macht er die Tür zu nee, macht er die Tür auf keine Ahnung was er da treibt ich hoffe er bringt mich nicht um ah, er macht die Tür zu ja, ich habe sie nicht zugekriegt, Entschuldigung keine Ahnung warum wahrscheinlich weil mir das Schiff nicht gehört so das war ein interessanter Start der wirkte etwas abrupt auf mich aber gut ich muss mal kurz gucken wie viel Geld haben wir denn noch ja, das hat tatsächlich geklappt ich habe jetzt wieder genauso viel wie vorher da ist wie gewonnen zu zerronnen ah, das ist schön so, mal gucken wo er mich hinfliegt what the what the fuck Bastillo, fahr die Räder ein du bist ja wie Wolfi sip was ein Abenteuer also fassen wir zusammen ich bin mit dem Raumschiff zu einem Auftrag geflogen Transportauftrag konnte aus dem Sitz nicht aufsteigen habe die Schleudersitz verwendet um hart auf dem Boden aufzuschlagen und dort dann bewegungslos herumzuliegen daraufhin kam Bastillo hat sich 15.000 angeeignet dafür, dass er mich in der Gegend kutschieren darf und ich habe jetzt wieder genauso viel Geld wie vorher was ein Akt was ein Akt so, jetzt hoffentlich bitte nicht auf Lawville absetzen ich will nicht auf Lawville abgesetzt werden weil da bitte nicht auf Lawville ich stecke jetzt einfach raus und da schieße ich nein, das wäre meinem Ruf unglaublich unzuträglich so flieg Obastillo was ist das eigentlich für ein Name hör auf dich über deinen über deinen Retter zu beschweren so, das ist nicht die Raumstation da will ich nicht hin ich will nach wie heißt die Raumstation Beijing Beijing Station oder Point keine Ahnung irgendwie sowas ja, er scheint aber dahin zu springen er macht das schon gut ein Hoch auf Bastillo wer war jetzt frage ich mich in der letzten Folge ihr habt es ja mitgekriegt wer war diese diese komische was macht er denn da wer war diese komische Aurora die mich da in der Gegend herumgeweht hat ja juhu Rettung ist nah wenn er uns jetzt nicht umbringt beim Landen ist alles gut er gibt da aber mal ordentlich Stoff der guteste komm, da gehen wir ihm nochmal 5000 für dann haben wir wieder genauso viel wie vorher hat den Spaß ähm immerhin warte mal I will pay you additional 5k thank you so machen wir das jetzt schon na klar wir sind mal wir sind mal wir sind mal nett und lieb beziehungsweise was heißt nett und lieb wir sind mal wo ist denn hier das painting where is the painting was ist das ähm da wir gehen wo ist Bacillus Bacillus ist weg Bacillus ist Bastillo äh der ist nicht da wie heißt denn der Bastillo hm ok da da war er da war er warte mal gib searching er ist nicht hier es ist nicht hier Bastillo Bastillo nein da so 5 1 2 3 5000 Cent so wo sind wir sind wir schon uh wir sind schon da Moment steh auf jetzt steht jetzt klappt nämlich aufstehen auch bloß raus hier kannst du das für mich öffnen danke sehr danke 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 so das war ja Tanks etwas was Bastillo so ach was ein Akt was ein Akt und das alles nur weil ich dich liebe und ich nicht weiß wie ich's verweisen soll was ein was ein furchtbarer Akt brauchen wir noch den 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 Dingsbums hier kommt aber ah hier ist er mein Kutsch junger Mann junger Mann sie sind nicht Marilyn Monroe da sind sie die junge Frau ich weiß nicht sie sind nicht Marilyn Monroe hören sie auf mit ihrem Kleid hier rum zu wehen wo sind wir nein hier sind wir komplett falsch wir wollen nicht nach Pet 2 wir wollen in die Lobby junger Mann junge Frau junge keine Ahnung was sie sind nein 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 nicht in Hangar Gott raus hier so machen sie weiter ihr Ding keine Ahnung was sie da machen so was ein entsetzliches Abenteuer das darfst du eigentlich überhaupt keinem erzählen accessing list of available vehicles dauert auch wieder verdächtig lange so ich hatte alle Schiffe ihr erinnert euch ich hatte alle Schiffe hierher gerufen er hatte alle Schiffe hierher gerufen und jetzt ist keins mehr da gar keins überhaupt keins das hier fix noch einmal warte mal ich muss mal kurz das Ding ausmachen hier so ich hole mir mal ein Schiff was relativ schnell geht und dann gehe ich mal ein paar Bounties vielleicht noch ein paar Bounties machen was geht denn schnell und womit kann man denn was umbringen kann man mit einer Hornet was umbringen vermutlich nicht na komm wir nehmen mal eine Hornet so Pfeile Claim er sagt Pfeile Claim habe den Verdacht die Server sind wieder ganz übel Pfeile Claim die Server sind wieder ganz übel am ein hoch auf warte mal nehme ich halt einen anderen kann ja auch einen Arrow nehmen wobei ich mit dem wahrscheinlich nichts treffe kann ich aber machen Pfeile Claim und alles nur Collect Package ich habe immer noch den Auftrag dass ich ein Package holen soll aber ja danke für ja pff dämliches Windows 8 Derivat was sagen die Leute da hey guy so haben wir jetzt irgendwann irgendein Schiff was wir jetzt hier was wir schon gefeilt geclaimed haben nein Scorpius Antares die habe ich übrigens immer noch warum eigentlich die Woche ist eigentlich schon rum naja weil wahrscheinlich CRG sich gedacht hat komm wo ist denn die wo ist denn die das ist die A Interceptor hier Claim you claim currently please try again later you dirty Bastard ähm so ähm immerhin man hat mich gerettet das ist ja schon mal eine positive Sache warum meine Schiffe jetzt nicht hier sind das ist mir ein ganz anderes Rätsel ähm was wollte ich ich wollte die Origin wollte ich holen wenn nicht hole ich mir jetzt erstmal hier das kann ich natürlich auch machen guck mal da stehen sie alle ähm hier das Ding wollte ich haben ah give me wenn nicht mache ich jetzt bei einem auf dann fliege ich bei jemandem mit ist mir ist mir egal ah bei den anderen klappt's jetzt hab ich das Problem ähm game seems more stable today das das game ist immer recht stable das Problem ist du kommst ich schmule mal bei ihm ja das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus mein Freund sieht nicht gut aus da ist er gar nicht da ist er jetzt er ist auch zugange es ist alles ziemlich kaputt alles ziemlich kaputt immerhin ich bin wieder da wo ich sein sollte oh ich seh grad ich werde am verdursten so warte mal kann man wie funktioniert die Datenbank ah die funktioniert das ist interessant so es funktioniert nicht äh drop item carry inspect ne ich will das trinken ich will das trinken geht aber nicht warum nicht vertical drop item ich will das trinken carry hab ich's jetzt nein dann machen wir das ganz anders dann gehen wir jetzt ganz regulär hätte ich eigentlich sofort machen können destroy carry destroyed carry unservaged what's the standard hotkey ach jetzt dann dauert ein bisschen so her damit haust hier ins gebinde rein damit nein nicht austrinken sollst du's naja das ist jetzt weg ok das können wir jetzt hier droppen hier das ist zum beispiel ein beispiel dafür wie 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 die server so ein bisschen im eimer sind ne ähm gib mir mal kurz hier so was zu essen also die datenbanken wieder mal mhm köstlich ein hotdog so jetzt müsste eigentlich mein hunger irgendwie oder auch nicht ist das ein spieler ich glaube nicht wie viel muss ich essen damit ich satt bin muska moussaka burrito klingt gerade ganz übel ja ich habe das selbe problem wie du mein freund hat er mir eigentlich was geklaut nein ja gib mir mal meinen helm wieder das anziehen klappt witzigerweise ohne probleme ich will aber ich will aber hier eigentlich gesagt nicht mich verdünnisieren ohne ohne mir den bauch voll zu schlagen aha das geht jetzt auch nicht mehr sehr schön ich habe einen server kaputt hier mal der server ist kaputt ich weiß auch nicht ob der äh ob die persistence die server persistence so toll ist wenn ich mir das so angucke yay jetzt liegt überall müll rum ich bin begeistert ich kann den helm nicht ausziehen oder nein warte mal den das könnte ich ausziehen ich kann den helm nicht anziehen gut gut so dann würde ich mal sagen war das hier eine der kürzeren folgen zumindest war es noch die rettung von herrn bastillo das ist ja schon mal ganz gut wir können ja nochmal einen blick hier drauf werfen was die herren dazu treiben ja das sieht gut aus das sieht nicht so gut aus das sieht nicht so gut aus du hast dir Mühe gegeben das war okay das sieht nicht gut aus ja da kommt ein Nucketai angerannt ich fürchte heute wird das nichts huhu bist du der da ja der sieht genauso aus ich glaube das war der der gerade im Gleitchen hier rumrannte so ich kann es ja noch einmal probieren tage wie dieser accessing list of available vehicles ja also man merkt es ist Sonntagabend liebe Freunde wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ich danke fürs Zusehen ich hoffe ihr hattet irgendwie ein bisschen Spaß und wenn nur an meinem dummen Gesabbel wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich mit arbeitenden Datenbanken wieder Tschüssi wie Bis zum nächsten Mal.